Panasonic In Tiroler Oberintal hat der Bauträger Hardoc sein drittes Wohnbauprojekt realisiert. Hardoc steht für intelligente Wohnkonzepte zu finanzierbaren Preisen. Aus diesem Grund hat man sich für ein dezentrales Heizsystem mit Wärmepumpen von Panasonic entschieden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Individuelle Abrechnung der Energiekosten Höhere Energieeffizienz, da keine Warmwasserzirkulationsleitungen erforderlich sind. Die Warmwasserbereitung und natürlich auch die Heizungseinstellung bleiben den einzelnen Besitzern überlassen, entsprechend dem jeweiligen Bedarf. Platzsparend, da kein zentraler Technikraum benötigt wird. Bei dem innovativen Ansatz der Insellösung verfügt jede Wohnung über eine eigene Heizungsanlage. Das Aquarea Kombi-Hydro-Modul der LT-Serie mit 7 Kilowatt Leistung. Das Kombi-Hydro-Modul verfügt über einen wartungsfreien Edelstahl-Wasserspeicher und lässt sich mit einer Stellfläche von weniger als einem halben Quadratmeter problemlos in den Haustechnikräumen der einzelnen Wohnungen positionieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Innengeräten finden im Panasonic Kombi-Hydro-Modul alle für den Betrieb benötigten Komponenten Platz. So sind zum Beispiel die Sicherheitsstation mit Sicherheitsventil und Manometer bereits im Gerät integriert. Genauso wie das Ausdienungsgefäß. Die Installation des Kombi-Hydro-Moduls gestaltet sich sehr einfach. Alle Leitungen werden von hinten zugeführt und über einen Kanal nach vorne weitergeleitet, sodass der Anschluss problemlos von vorne stattfinden kann. Nach Fertigstellung der Installation sind keinerlei Rohre oder Anschlüsse mehr zu sehen. Das Panasonic Kombi-Hydro-Modul ist dann optisch kaum mehr von einem größeren Kühlschrank zu unterscheiden. Ein weiterer Vorteil des Gerätes ist in der Software im Hintergrund zu finden. Mithilfe der Smart Cloud können die Wohnungseigentümer sämtliche Steuerungen der Heizung über das Internet durchführen. Der Installationsbetrieb hat den Vorteil, mit der Service Cloud bereits im Vorfeld Probleme am Gerät zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren, damit es zu keiner Störung kommt. Eine voraussehende Wartung, mit der man Probleme lösen kann, bevor sie auftreten. Dezentrale Heizsysteme – eine effiziente Lösung für den Errichter und die Wohnungsbesitzer. Panasonic verstärkt. いい eine verlastung von Wir wir Vielen Dank.